Olivier de Termes war ein berühmter opzitanischer Ritter, Feidit und Kreuzfahrer. Er trug die Titel Senor de Termes, Senor de Marcorignon und Senor de Saint-Valiere. Herkunft und erste Jahre Olivier wurde wahrscheinlich um das Jahr 1200 auf der Burg Termes in den Korbieres als Sohn von Raimund III. Von Termes und der Hermes Ende de Kossei wie geboren. Seine Familie zählte zu dem bedeutendsten katarischen Adelssippen im Longdog. Der Katara-Bischof der ehemaligen Grafscheft Ratzes, Berneuth, war möglicherweise sein Onkel. Dieser wurde bekannt als Wortführer der Katara beim Disput zu Pamirs gegen Domingo de Gutzmann. Olivier hatte zudem einen Bruder mit Namen Bernhard und zwei Schwestern, Blanca und Raimund. Als Kind erlebte er 1209 den Beginn des Albigensa-Kreuzzuges und die siebenmonatige Belagerung der Burg Termes durch die Kreuzfahrer unter Simon e.V. Dem Montfort. Die Burg musste am 22. November 1210 aufgegeben werden und Oliviers Vater wurde in Gefangenschaft geführt. In der er drei Jahre später in Carcassonne verstarb, das väterliche Erbe wurde 1213 an den Kreuzfahrer Alain de Russie vergeben. Olivier und seine Familie nahmen im katalanischen Wallespierre ihr Exil, wo sich seine Mutter mit Bernhard H.U.G. de Serralonga wieder verheiratete. Im Jahre 1222 ermöglichte ihm die Niederlage der Kreuzfahrer und der Tod Russies die Rückkehr ins Longdog und die Rückgewinnung seines Erbes. In den folgenden Jahren kämpfte er an der Seite von Guilhem de Moncada und Pierre de Finuit im Russillon gegen Nuno Sanchez. Als König Ludwig VIII. im Jahr 1226 einen weiteren Kreuzzug gegen die Katara anführte, schloss sich Olivier dem Grafen Raimund VII. Von Tulaus an, für den er 1227 Labetze de Laura Geis gegen die Franzosen verteidigte, musste sich aber im Folgejahr doch der französischen Krone unterwerfen, die Eroberung Mallorcas. Olivier ging erneut ins Exil an den Hof des Grafen von Roussillon. Mit ihm schloss er sich im Jahr 1229 dem Herr des Königs Jacopi von Aragon an, der die balearischen Inseln von der muslimischen Herrschaft befreien wollte. Auf diesem Feldzug schloss Olivier eine enge Freundschaft mit dem katarischen Fahydet Segbert de Barbeira. Das Heer landete am 10. September 1229 in der Nähe von Santa Ponca und konnte nach der siegreichen Schlacht von Serra de Portopi am 31. Dezember 1229 dies Eid de Mallorca erobern. Der muslimische Widerstand zog sich in die Berge zurück, wo er erst nach zwei weiteren Jahren gebrochen werden konnte. Feidet, Renegat und Kreuzfahrer Nach diesem erfolgreichen Feldzug kehrte Olivier erneut in seine Heimat zurück, wo er sich erneut Raimund VII, dem Grafen von Tulaus, anschloss. Er nahm, trotz seines dem König geleisteten Treueschwurs, den Kampf gegen die Inquisition von Naborne auf, wo er zwischen 1234 und 1242 mehrfach als Stadthalter des Grafen von Tulaus eingesetzt war. Dann nahm er im Jahr 1240 zusammen mit Barbeira an der Revolte des Raimund-Trenscherwil teil, mit dem Ziel, Carcassonne zu erobern. Das Unternehmen scheiterte und Olivier ging in den Untergrund. Nach dem Massaker an den Inquisitoren in Avignon wurde Olivier vom Erzbischof von Naborne exkommuniziert. Daraufhin führte er mehrere Raubzüge gegen Kirchengüter im Razzis und im Roussillon aus. Im Jahr 1247 beschloss er jedoch, seinen Frieden mit der Kirche zu machen und schloss sich zur Buße dem Kreuzfahrer Herr Ludwigs des Heiligen beim sechsten Kreuzzug an. Er nahm an den Kämpfen vor der Festungsstadt Damiette und deren Erstürmung teil und wurde zum Befehlshaber der Artillerie ernannt. Das Scheitern des Kreuzzuges vor den Mauern der Festung Al-Mansura und der Gefangenname des Königs erlebte er von Damiette aus. Nach der Freilassung des Königs begab sich Olivier mit ihm nach Acon, wo er an mehreren Kämpfen gegen lokale Fürsten teilnahm. So auch 1253 vor Banyas, wo er dem späteren Chronisten Jean de Joinville das Leben rettete. Nach seiner Rückkehr aus dem Heiligen Land stand Olivier fest auf der Seite Frankreichs und engagierte sich bei Friedenstiftungen der königlichen Herrschaft mit dem einheimischen Adel. Dabei belagerte er auch Queribus, die Burg seines ehemaligen Freundes und nunmehrigen Todfeindes Sekbert de Barbaira und nahm diesen schließlich gefangen. Olivier erlangte großen Verdienst am Zustandekommen des Vertrags von Corbeil. Er beschloss die restlichen Tage seines Lebens im Dienste Gottes zu verbringen und nahm im Jahr 1265 erneut das Kreuz. Dazu veräußerte er den größten Teil seiner Besitzungen und beschenkte die Abteil von Font-Fruide. Er führte ein königliches Kontingent ins Heilige Land und wurde 1269 zum Seneschal von Jerusalem ernannt. Ein Jahr darauf nahm er am siebten Kreuzzug unter König Ludwig IX. gegen Tunis teil in dessen Verlauf der König den Tod fand. Erneut zog er im Jahr 1274 mit einem königlichen Heer, das sowohl vom Papst als auch von Philipp III finanziert wurde, nach Jerusalem. Dort starb Olivier de Termes am 12. August desselben Jahres in Akon. Familie und Nachkommen Olivier war mit einer adeligen Dame namens Teres verheiratet, mit der er einen Sohn, Raimund, hatte. Dieser heiratete Guilherme de Seisach. Aus dieser Ehe gingen die Söhne Guilhem und Arnaud hervor, welche beide später Stadtkonsulen von Palma de Mallorca wurden. Olivier hatte noch zwei Halbbrüder, Söhne seiner Mutter aus ihrer zweiten Ehe. Beide begleiteten ihn 1264 in das Heilige Land und starben dort. Ramon de Serralonga ertrank 1265 und Bernhard H. U. G. de Serralonga starb am 19. Dezember 1269 in Akon. Ramon de Serralonga Ramon de Serralonga Ramon de Serralonga